Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörserbombatoren. Ach ja. Stimmt. Ihr müsst diese Mörser aufhalten, sonst wird niemand übrig sein, der dir mit dem Bunker hilft. Du hast nicht zufällig Khoroson. Doch. Das ist natürlich krach. Folge mir! Bistroli. Ja, ich will ihn sit down, weswegen. Tf. Vielleicht ein Level 4 in 4 ist es sogar? Kein G, ne? Naja, ne, ok. So, dann ist Leibolderfresser. Ja. Na. 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 Der Typ, ne, der die einfach kaputthaut, ne? Mh. Wird mir was zu platt machen! Aber ich muss gleich, glaube ich, dringend an diesem Ding da vorbei, an dem Automaten. Er klatscht hier einfach. Und die Zone. Oh, ne gar nicht, das ist gut. Ich nehme da mal ja was. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Eigentlich sind diese Mörser gar nicht so dramatisch. Pass auf die Mörser auf, Sir! Aua. Ach, wir sollen die zerstören. Oh, ne, das geht nicht, der muss erst kommen und das kaputt hauen. Ach so. Das Schild. Weil wir das nicht können. Oh, wo ist der denn? Weiß ich nicht. Hier oben. Was macht denn der da hinten? Steht doch rum. TF, komm doch mit. Grohlte sich denn die Eier oder was? Ja. Ach was. Zieltransmitter zerstören. Oh, oh. Ach boah, Leute, ich dachte schon schlimmer. Er holt den einfach kaputt. Der macht mehr Damage als wir mit unseren Klammern. Verdammt! Der Transmitter hat ein Reflektorschild. Warte, ich zerstöre dich. Warte mal, hier kann der Mörser da auch nicht hin, ne? Nein, nicht. Joah. Schild ist unten, Slap. Greif die Transmitter an. Ein Transmitter weniger. Ich weiß, wenn ich den jetzt kaputt gegangen bin. Tiff. Geil. Weiß ich, was hinter mir steht. Ich hab Angst. Nach nichts Schlimmes. Ein Exploder. Ich warne dich schon, wenn da so ein super badass extreme edition stehen würde. Das ist unser Schild still. Ja. Ja. Idiot. Die XP brauche ich denn noch, ich hilf. Ich seh noch ein Transmitter. Ne, ne? Ne. 400. Ja, das kriegste mit deinem Gegner oder so hin. Das ist ja eigentlich immer nur dann schlimm, wenn man halt nach einer Mission ist. In der Mission kriegt man sowas sowieso. Ich hab den Schild gesprengt. Hilf mir, den Transmitter zu zerstören. Okay. Verdammt, Bots. Schaffst du voll den Transmittern weg. Oh, 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 oh. Geh mal kurz einkaufen, ne? Da ist ein Exploder hinter dir, aber es ist so schlimm. Immer skillen, ne? Ja, ja. So freundlich. Yo, Loda. Was konnten die denn nochmal? Dein Schild. Glaub ich. Aber nur, wenn sie nahe stehen, wahrscheinlich nicht schießen, ne? Ne, auch wenn sie schießen. So, ja, das ist ja nicht so dramatisch. Teef. Schon. Schick. Wobei wir umsickeln. Oha. Ach, wie ist er wieder so? Ich seh nur ein Transmitter, der knöpft wie uns vor. Pass auf die Mörser auf, ich kümmere mich um den Schild. Nö, ich kann extra rein. Oh. Ich hab den Transmitterschild zerstört. Hast du einen Felsen? Okay, jetzt werde ich schon wieder von irgendwas gestorben hier. Was ist denn das? Komm schon, wie schwer kann es sein, einen Kammerjäger oder den wandelnden Fleischklops zu töten? Echt jetzt? Naja, Nancy, super bei der Slowdown, ne? Ich will den dahinter haben, eigentlich. Ah, es ist auch nur ein bades Slowdown, den krieg ich auch nicht hin. Ja, ich bin tot. Tschüss. Hilf, ich werde dich in meinen Gedanken überhalten. Ich nicht. Na gut. Dann ist das auch ein bisschen dramatisch. Die Happy New Year Corporation freut sich, dass unsere Reise ins unbekannte Land vorgeheiratet hat. Achja. Die dramatische Musik gerade. Achja, der geprüft ist ja auch in der netten XP. Tausend, tausend, vonderte. Boah, Tode ignorieren. TFK nochmal kaputt. Ja, der ist halt relativ stark. Na, 5000 geht auch. Als XP. Aua. Ja, du bist mal schnell als der. Verdammt. Ja, gleich müssen wir es hin, aber kriegen, oder? Toll. Äh, Brick. Äh, Brick. Äh, ich steh zwischen deinem Bein. Quasi. Hier ist ein Medikit. Cool. Hey, Brick. Brick, geh hin. Wunderschöne Brick. Zeh wir nach, äh, Bank to Ari. So wie wir. Goldene Schlüssel. Ja. Herzlich willkommen, Kunde. Hey, ha, 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 ha. Das hat Spaß gemacht. Krasser Job heute, Slap. Wir sehen uns dann in Sanctuary. Oh, nur damit du es weißt. Meine Slaps werden wahrscheinlich trotzdem versuchen, dich zu töten, weil sie hirnlose Idioten sind. Also nur kein Mitgefühl, wenn du sie umlegst. Hab ich auch nicht. Ich freu mich schon auf die Abschluss, XP. Wie viel sind denn das? Nur eine Menge wahrscheinlich. Gedugt. Hallo. Nee. Alter, die goldene Kisse ist nicht da wie tief. Aber hatten wir doch schon mal. Oder nee, die ging nicht mehr auf. So war's. Gib die mal ab. Ja, ja, hab ich vor. Roland? Rick. Hätte nie gedacht, je wieder hier zu sein. Bei unserem letzten Treffen schienst du nicht sehr begierig, mich wiederzusehen. Die Zeiten ändern sich. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Selbst von einem blutdünstigen Psychopathen. Wer hat dich so genannt? Jack? Nein, du vor drei Jahren. Oh, tut mir leid. Schön, dich wieder in Bord zu haben, Rick. Schön, wieder hier zu sein. Küsschen, Küsschen. Hahaha, ernsthaft. Ein bisschen feiere ich das ja, dass jeder hier irgendwie so ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen auf dem Kopf hat. Ehrlich? Das erste Mal, dass... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt, dass ich nur für Jack öffnet. Entschuldige die Störung, aber die Zeit drängt. Begib dich in den Ort Opportunity. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. So ungern ich es auch zugebe. Angel ist die beste Hilfe, die wir haben. Du weißt ja schon, dass du ihr nicht trauen kannst, aber... Sei vorsichtig. K. Was macht der Kerl unten? Ja, du guckst. Näh. Hm? Markus hat mal Elementarwaffen. Wir schaffen das. Ja, wie gesagt, ich hatte gerade auch zum ersten Mal, dass eine Missionswaffe gut war. Ich nicht. Ich hatte nur Mühe. Ja, den Raketenwerfer halt. Wie kann ich den nochmal favorisieren? Ach, mit dem Sternchen da. Aber halt für nächstes Level erst. Aber 20.000 mehr Schaden... Ja, warum nicht? Und damit habe ich eine bessere Sniper schon beim ersten Schlüssel bekommen. Das ist freundlich. Ja gut, ein besseres Schild, glaube ich, habe ich zumindest. Hm, die Frage ist, was ist besser? Kannst mal machen, erstmal. Hab ich doch gerade. Hey, unter uns. Es war Hark. Der ist echt ein finsterer Typ. Halt's Maul und lass mein Deputy seinen Job machen. 1.900 mal 4 denn? Wow. Ich habe mir erst das, ähm... Das ist wenig. Ich habe mir mal das Schild genommen mit der 6.000 weniger Kapazität, aber dafür Elementarresistenz, was ich eigentlich immer ganz geil finde. Super Mario Sunshine. Leute, was ist denn los mit? Vor allem nix anfangen. Ja, die sind dort. Ähm, Klassenmutz. Meister. Dein Geld ist weltlos! Wie gesagt, ne, so Assold und Schroo. Wir können genauso gut gleich kapitulieren. Noch eine neue Sniper. Hm. die mir aus den augen zwingen mich nicht rüber zu kommen gatter da aber das ist auch nicht so schlecht mit teamgesundheitsregeneration plus 72 erst mal gucken was habe ich in den netz drin was soll das ja wirklich erstaunlich was macht das gell okay naja okay ich habe mich gerade doch für einen neuen raketenwerfer entschieden der hat 50.000 mehr schaden als der vorherige herstellung jetzt guck dir das an ich glaube den nehme ich weil der ist gar nicht mal so schlecht war habe ich hoffe ich dass es auch für mich gilt endlich gesundheitsregeneration naja team bei team wird das für alle sein ja und ich denke mir jedes mal wenn ich ein ja also ein skill habe ich dann dadurch ein welchen feind gefaceloggt habe kommen da so lebensobser wie es da heißt raus und dann heilen die dich wirklich erstaunlich ja das denken wir so wo nach mir die mehr auf den augen zwingen mich nicht rüber zu kommen hatte ich kann aussehen den medizinautomat gefaceloggt könnte nicht uninteressant sein das ist fantastisch also ne falls du ne assault oder so ne vernünftige kriegst ne ja 25.000 im gegensatz zu 18.000 kein elementen ja ist heute brauche ich selbst auch ich weiß ja nicht was du sonst noch brauchst also klar sirenenklassen mods sind sowas ist ja aber als Secrets also so ja so was das ist echt zu schrot haben ich muss gerade überlegen warte mal ich weiß gerade kurz weg das leichter zu vergleichen könnte vorteile haben diese schroth ja eigentlich nicht ich jetzt ein gewolltes hier jetzt haben aber das kann ich mir kaum vorstellen meine schroth doch eigentlich schon die korrosionsschroth ja wie gesagt ich habe etwa dieselben schaden mal drei und der rest der kategorien ist gleich bis auf dass ich elektro habe aber dann würde ich nämlich meine korrosionspistole weg machen ja was für dich schrot sind sind für mich pistolen halt ein raketenwerfer mit 100.000 schaden den könnte ich gebrauchen falls sie was hast guck erst mal ach ja falls du den nicht selbst willst also ich meine ich habe einen mit 90.000 so ohne große unterschied ist es dann auch nicht beim raketenwerfer so 102.000 schaden das ist schon nett das ist schon was habe ich denn jetzt bei mir derzeit den 91.000 ja wie gesagt ne 10.000 könnte man tatsächlich irgendwann nochmal so gebraucht jetzt guck dir das ich denke mal schon dass ich den benutze ja klar verstehe ich 100.000 schaden ja ach äh granaten mods ja die brauchen wir doch beide denke ich mal fast du nicht du hast erstmal nur weil ich meine mit mehr als 100.000 schaden granate habe die wo man nix mehr sieht ja wache du willst wahrscheinlich auch elementar schaden bei deinen waffen haben ne eh granaten denke ich ja verständlicherweise was habe ich denn jetzt ja ich hab diese ja die explodieren nur ja also explosiv schaden ja das ist ja auch elementar ja aber jetzt nicht so na ja wie gesagt allgemein habe ich ja so langsam nix mehr gegen raketenwerfer aber halt gegen solche raketenwerfer schon oh die ist noch besser die generation und jetzt genau jetzt bin ich voll hier ja oh 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 auch gar kein Klassenmode zu haben ist auch kacke ja das glaub ich dir geh mir aus den Augen was hab ich denn hier getan ach so ich hab derzeit auch zwei Muni pro Schuss das Feuerstoß dann ist das alles besser ok den Nuss hier und los hier heute ich glaube ich mich fertig also ich habe jetzt 25 Schlüssel zumindest angewandt wir müssen 42 Euro eigentlich ist das sogar wahr eigentlich können wir das machen ja ok da werden heute mal wirklich ganz viele rausgehauen na 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 ich bin 1000 x 7 ich bin jetzt nicht so grollarisch ne hey Süße du hast einen besseren Klassenmode ich glaube der ist noch besser oder ach das ist exakt derselbe oh er hat auch 3,93 oh Jeff nun ja du sag mal hast mich gerade beschmutzt großer Gott hör zu wir wissen beide dass Schindertäter ist knall ihn ab damit ich weiter arbeiten kann das reicht Klappegatter da war gerade sind gerade zwei Schilde mit 6000er Kapazität gewesen das ist wundervoll das ist wundervoll ich frage mich echt was ich eigentlich am dringendsten bräuchte also laut laut Level wer ist der Klassenmod äh ne der hat das Artefakt aber eigentlich ist das unnötig ich hätte schon gerne neue Granate ja oder neue Schruhen wirklich erstaunlich wirklich erstaunlich ich hab was für dich wir wissen beide dass Schindertäter ähm ähm das reicht Klappegatter 3,12,8 oder 2,12 weiter das ist fantastisch toll toll mhm also brauchst du das also brauchst du das ne brauchst du wahrscheinlich nicht nein das nehmen mhm boah ich bin zu behindert mhm die Raketenmeer war verkauft mhm deswegen mag ich mir den immer als besonders das was da drin liegt ist so ne billig Sniper die kannst du gerne haben man kann nie zu schwer bewaffnet sein kann man das dann nicht verkaufen oder was doch aber das siehst du dann ja ja leckraketenwerfer neee was ist das Ding leckraketenwerfer ich versteh den Sinn auch nicht weil das Ziel ist dann doch schon meistens tot du hast ne LMG ja ja ich weiß nicht die haben wir nicht so lange Ladezeit sagner das ist ja keine LMG doch das sieht man doch vom aussehen her eigentlich was hatten die für ein Magazin ja 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 ok achso die Artindex bin da was das ist wundervoll da kann was vernünftiges kommen jetzt hier ich hab echt das Gefühl je länger man da steht desto ähm schlechter werden die Sachen du hast nichts gegen uns in der Hand Zeitverschwendung Alter allein guck siehst du das allein hinten in der Basis wo Roland und so sind ne vier äh Ausrufezeichen naja und die haben bestimmt mehr als einen Auftrag tf tf also warum wenn wir die warum sollte man als Sirene den Abklingzeit hings nehmen damit du das noch häufiger machen kannst ja Abklingzeit sind doch schon 15 Sekunden das ist schnell genug ja wie gesagt dann kannst du noch mehr machen dann kannst du wahrscheinlich so durchgehend phasen meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe komm bald wieder und schaut ihr meine neue Waffen gm ob es was ich als nächstes kühl mache wirklich erstaunlich geh mir aus den Augen du Sack las es junger sag Ich will Bombenlitz haben. Das war Hark. Der ist echt ein finsterer Typ. Wobei die eine Schrotgranate nicht... Äh, Schrotgranate. Hm, genau. Die eine Schrotfinte sah vielleicht nicht so schlecht aus. Welche meinst du? Die Slack oder was? Äh, du hattest da... Nee, das war, glaube ich, eine grüne. Jetzt guck dir das. Die hatte ich irgendwie 6000 mal 3. Das ist die ja. Ach, das ist die. Ja, nee, Slack will ich nicht. Dann lieber hier Korrosion. Boah, Junge. Ey, ich bin fertig. Ich hab echt jetzt exakt 42 gemacht. Ja? Ja. Eif. Und was hab ich neu? Eine SMG. Ein Schild. Und das war's. Ich bin schon wieder voll. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Also ich hab ne neue Sniper. Neue Assault. Neue Schrot. Neuen Klassenmord. Und neuen Granatenmord. Ähnlich. Aber mehr nicht. Das ist ja fast alles, ne? Ja. 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 Vielen Dank.